wohl aber mein genagelter Stock oder Nenner hier das Zeugs verkaufen im Lappen Metallschrott Draht die Pumpe der geile so sie mit dem Ding laufen oh my god are you serious are you fucking serious Reisklauen Mod hier Bolzen Stacheldraht Klinge Klebeband ein Paddel 34% ja das ist das ist wenig das ist in der Tat wenig so ähm was haben wir denn der Reisklauen Mod Angriff mit Flächeneffekt naja kann ich nicht gebrauchen Hauptsache hat es hier drei von den Dingern noch eine Klinge so und wenn ich hier aufmache wer kommt oder was kommt muss ich das Ding jetzt ernsthaft 465 Meter weit tragen ja jetzt fällt es natürlich noch runter ja hallo komm hey sag mal hast du sie noch alle ich werde es doch nicht tragen ich werde es doch nicht tragen das Ding oh god hier ja es fällt natürlich runter hey alter Schwede ja ach man dann laufe ich halt auch wenn ich dabei einschlafe 500 Meter ist ja nix es ist ja nix 500 Meter vor allem in diesem Tempo nicht oh mein gott ey ist jetzt gut danke ich bin angepisst sehr 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 angepisst da lalalalalalala lalalala liegen bleiben der nächste so komm ist jetzt gut danke kann ich wenigstens in das Auto gehen mit dem Ding denn wir hätten schon wenigstens etwas sinnvolles gemacht sonst bin ich ja morgen noch am laufen die stehen bestimmt da auf da die Kollegen hallo hallo ne du auch nicht na immerhin ok kann ich das wenigstens da hinten sind da solche Felder kann ich das in den Kofferraum schmeißen oh ja oh danke oh ihr seid doch Götter na immerhin geht das wenigstens geht das oh Gott ok ich bin wo ich bin hier und ich muss wohin da ja ok kann ich mit dem Auto dahin dahin fahren ja oder hier ne da geht's glaube ich nicht durch aber hier geht's durch yes ok dann würde ich mal sagen let's go halai i shit on halai hello oh ah was für ein manöver ok einfach nicht in die Wand reinfahren aber an die Zombies rein das ist gut oh shit mach die kacke kaputt da und zurück ouch weg da du blöde Kuh kann ich hier irgendwo wenden scheiße ok und tschüss jetzt sehe ich wenigstens etwas ok shit fucking bitch you motherfucker ah hier ok wenn ich mal die Karte öffne würde es mir mehr es würde mir mehr bringen wenn ich von da aus laufe von da oder ja das würde mir das würde mir persönlich mehr bringen na was willst du überfahren werden kein Problem so go 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 oh da hätte ich da hätte ich hin müssen ich hab den Zombie nicht getroffen da sonst noch Probleme da ist noch einer ja da haben wir ihn den Kollegen get the fuck away hier kann ich sogar noch ein bisschen fahren loll what the fuck was da man what the fuck was that oh shit nein jetzt muss ich das wieder machen ohne scheiß jetzt bring die pumpe zurück ja toll wirklich toll habt ihr gut gemacht habt ihr gut gemacht ach ist das jetzt euer ernst ihr verdammten aslachs gott wenigstens kann ich hier molotovs nehmen oh my god oh man warum bin ich denn eigentlich gestorben das würde mich jetzt noch interessieren warum ich denn verreckt bin wenn ich sehe warum ich sterbe dann ist es mir relativ egal aber wenn wenn man es nicht sieht dann geht es mal auf den zengel dann geht es mal verdammt auf den zengel wenn ich nicht weiß warum ich jetzt sterbe man 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 ja ja sitzen bleiben du auch und auch du kannst liegen bleiben ist gut sehr schön hätten wir das geklärt ist wenigstens die pumpe noch im auto drin ja wenigstens das ein kleiner trost so gut der wegpunkt ist noch da dann wenden dann wenden wir mal und bringe die pumpe zurück klappe die zweite so da war noch ein zombie habe ich gerade gehört aber es ist mir jetzt relativ egal es ist mir so egal es ist mir so egal bloody time bloody time es regnet jetzt nicht mehr sehr realistisch dieses spiel wirklich sehr realistisch ist und einen Moment da per favore zeig mal den wegpunkt an verdammt okay bitches so jetzt gehe ich schon mal hier raus irgendwer mich verfolgen nein gut kann ich ja gehen man kann nicht mal hüpfen mit dem ding so es geht jetzt noch 30 minuten bis ich da angekommen bin weil ich darf außen rumlaufen ist das nicht geil ist das nicht geil oh es ist sehr geil ah was ah shut up man ich habe jetzt keine nerven für euch blöden zombies hat dafür keine nerven ne 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 i haven't got nerven for you oh no oh no oh no oh no na 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 blöder ba da ist bestimmt Geld drin oh ja ne 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 nach unten blödes ding super jackpot wenn ich wieder nach oben laufen darf ah wirklich super jackpot wirklich super und hopp 504 36 jack jack daniels ab da hier nur jack daniels oder wat naja ist mir eigentlich auch egal die markierung können wir eigentlich wegnehmen oder den den wegpunkt darum sind meine kollegen die xian hollow xian ja toll so ich bin wieder hier meine Freunde nein bitteschön holy shit man hier verkaufen weg mit dem Zeugs ähm ähm das tauchermesser dickwilden klauen brecheisen streikkolben hackmesser 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 schillelack baseball schläger behalte ich noch golfschläger kanabo die revolver behalte ich aber habe ich den ausgerüstet ja zerstörerischer schottischer langdolch ausrüstend für die molotovs schäfer 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 bereite das verteilzentrum vor moment kontrollpunkt das ist gut für mich denn dann kann ich meine eine stunde 36 minütige aufnahmesession beenden und ja wir sehen uns morgen abend wieder danke fürs zuschauen einen wunderschönen tag noch tschüss tschüss